Ah ja, okay, ihr habt eure Schlafsäcke hier platziert, ne? Ja, wir hatten besseres Wetter als wir hier waren, das letzte Mal, aber wir müssen jetzt nach rechts hoch. Passt ein bisschen auf, in dem Wald war das letzte Mal ein T-Rex, ich weiß nicht, ob da ein neuer gespawnt ist. Das ist ein Pferd. Pferde? Ich war letztes Mal nicht hier. Guck mal, das ist ein Terrorbird. Einer. Ganz allein. Okay, wir müssen hier so ein bisschen links halten. Hier so? Die Gruppen, ich habe jetzt drei Gruppen erstellt. Ja. Alle drei Gruppen pfeif ich mit J? Ne, du musst die ausgewählt haben. Also eins, zwei oder drei musst du drücken, also auf deinem Numpad, um die Gruppe ausgewählt zu haben. Ah, okay. Probier das mal aus. Das ist hier rechts hoch. Und dann steht da, also ich habe meine zum Beispiel genannt, Hunter, Raptor und ich glaube, Frosch oder so. Ups. Und wenn ich jetzt zum Beispiel alle Raptoren auswähle, drücke ich dann bei mir die zwei und dann J. Aber da muss dann stehen Raptor und nicht Non, weil Non heißt, du verfüllst alle. Mit alle, alle halt alle Dinos. Also nicht nur deine Gruppen, sondern auch alle. Ah, okay. Irgendwie sehe ich da. Ah, verstehe. Das heißt also, wenn ich eins drucke, dann habe ich die erste Gruppe, aber wenn ich dann nochmal die eins drucke, dann habe ich die Gruppe explizit ausgewählt. Oh, genau. Irgendwie so. Ist ein Saber? Ja, wir müssen hier hoch. Level 87. Ja, hier ist auch ein Känguru sehe ich gerade. Oh! Noch mehr Kätzchen. Kängurus. Hier ist ein Greif. Ein Greif ist hier, Leute. Hier ist ein Greif. Oh, ich sehe es. Oh mein Gott. Oh, ist der schön. Alter. Ich gucke mir den mal an. Er ist... Der greift dich an. Ich... Okay, ja, hätte ich mir denken können. Ja, ich... Oh, wo ist mein... Nein! Ich komme nicht an meinen. Ich habe hier für ein Level. Oh! Ich will hier noch einen Frosch haben. Der T-Rex mal... Ich komme hier nicht. Ich brauche Hilfe. Ich bin hier krass beteil. Oh! Ich komme hier nicht weg. Uh! Dankeschön. Okay, ich bin safe and safe. Was hat der Greif für ein Level? 27. Alter, ein Greif. Wir haben ein Greif gefunden. Was für ein schönes Tier. Oh mein Gott, er ist so schön. Guck mal im Stream, Kirk. Hm. Oh mein Gott. Aber 27 ist ein bisschen low. Oder? Aber der T-Rex ist... Alter! Es geht doch nicht darum, dass der low ist. Wie wunderschön der aussieht. Man guckt mal auf die... Sieht ziemlich cool aus. Er ist krass einfach nur. Kommt ein roter Trop gleich runter. Guck mal, was hier neben mir gerade hochläuft. Seht ihr das genau vor mir? Ich komme hier ohne. Jetzt schaut mal da runter. Das ist meine... Meine Fan... Meine Fangemeinschaft. Tötest du gerade meine Fangemeinschaft? Nein. Piet! Jetzt hatte ich mal meine ersten Fans und du frisst sie einfach. Sag mal. Ich habe das Gefühl, der Greif ist gleich tot. Ja. Aber der flüchtet gar nicht, ne? Uh! Die Katzen sind auch gekommen. Wie hübsch der aussieht. Ich frage mich, ob die selten sind, die Tiere. Das ist jetzt der erste, den wir sehen, oder? Ja! Der allererste! Oh mein Gott! Das ist sehr cool. Ich kann mir halt vorstellen, dass die halt nur so an höher gelegenen Orten oder so spawnen. Jaja, denke ich auch. Ich möchte noch mal kurz runter... Warte, warte. Ich möchte noch mal kurz runter gucken. Und gucken, wer gewinnt. Das Spektakel will ich jetzt sehen. Ich habe ein Level Up. Greif lebt noch. Oh, crazy. Aber gerade komme ich um die Ecke, ey. Ja, ich bin schon weg jetzt. Wiii! Ich würde tatsächlich den roten Drop gerne auch abwarten. Ihr seid schon bei der Brücke, oder was? Ne, ne, wir sind hier hinten bei dem roten Drop. Ey, ich sehe keinen roten Drop tatsächlich. Ich sehe gar keinen. Zurück. Ah ja. Da, wo der Greif gerade gekämpft hat. Okay. Wie lange braucht ihr denn noch? Ja, den können wir noch abwarten. Zehn Sekunden. Boah, war das gerade ein Stress. Holy moly. Hm. Und wie geht's dir so? Was macht dir die Lage hier? Wie ist das Wetter? Du hier, was für ein Zufall. 78er Kätzchen. Hm, kitty cat. In a dance, dance, dance. Guck mal, da hinten ist so ein See. Der ist ja hübsch. Siehst du den? Hm, ja. Ich wette, da ist es richtig kalt drin zum Baden. Müsste dann auch wieder ein neues Gebiet für euch sein. Da hinten? Aber ein Bauplan für eine Armbrust drin. Wow. Nice, hat sich ja gelohnt. Mit 103 Angriffsschaden. Ganz ehrlich, wer die Mini-Armbrust nicht ehrt. Ich hab sie schon weggeworfen. Sehr gut. Wow. Wir müssen jetzt hier lang. Aber du bist schon weiter gehopst. War das nicht richtig? Nee, wir haben ja auf dich da vorne gewartet. Aber ist okay. Nevermind. Wir müssen einmal dahin. Nuuuuuuuuuuu. Wie oft kann ich das in der Luft machen? Ich hab gerade dreimal in der Luft aufgestanden. Oh. Wenn die das Spiel suggerieren möchte. Oh, Raptoren. Wenn die das Spiel suggerieren möchte, du bist zu dick. Blub. Einfach vor der Kante. Au. Ich hab so Raptoren hinter mir. Seid ihr noch hinter mir? Mhm. Und jetzt? Mhm. Immer noch? Ja. Okay. Einmal kurz töten. Ah, was. Also, ja gut. Dann ja. Ich helfe. Der ist tot. 2. 2. Das Auto. So. Okay. Nicht mal so scheiße. Jetzt ist der tot. Auf jeden Fall. So. Hier musst du ein bisschen aufpassen. Wir hatten hier Raptoren, muss ich direkt mal sagen. Oh Gott. Und hier waren wir oben und haben runter geguckt. Hier. Crazy, oder? Ja. Oh, hier kann man hochsteppen. Was ist das denn für Quatsch? Ja, ja, ja. Don't try this at home. Don't try this shit at home. Mhm. Cool aus. Weißt du, was man noch nicht at home tried? Mhm. Das hier. Das hier. Was ist los? Die kriegen aber auch Schaden, ne? Überleb. Ja, natürlich kriegen die Schaden. Ja, gut. Erstmal gucken, ob das Schaden macht. Also, solange der noch heranwächst, muss den kleinen Dude bei dir in der Basis lassen, ne? Nicht den, den Frosch meinte ich. Mit deiner Aktion. Ach so, ja, ja. Aber ich bin ins Wasser gesprungen. Im Wasser bin ich safe. Wie du bist auf Stein geklatscht? Was? Spino! Du bist in den Spino rein. Ja, fast. Oh shit. Zwei Spinos. Ja, dann sag ich mal guten Morgen und ich drehe mich um. Und bin hier weg. Ey, wir müssen die andere Seite lang, Leute. Wir sind hier falsch. Hier. Plus, ich weiß nicht, ob's auf oder abwärts ist. Das kann ich grad nicht erkennen. Seid ihr bei mir? Ne, ich kämpfe grad nur gegen Piranhas. Hm, okay. Aua. Oh, das ist Baryonyx. Weg, 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 ja. Na, guck mal, dass du den Frosch gepfiffen kriegst. Bitte. Äh, ich rette dich. Oh, ich bin aufgenommen. Scheiße. Was soll ich tun, Leute? Ich muss abwarten und dann schießen. Okay. Piranhas. Muss halt ans Land, ne? Scheiße. Wie soll ich das denn machen? Okay. Ich komme und rette euch. Ich rette euch, ich rette euch. Rette dich selbst. Nee, ich rette euch. Ich bin hier ein Team, ich mach das. Ich seh ihn. Ich schieß den jetzt kaputt. Ich seh ihn ja. Kommt der Frosch? Ich hab ihn getroffen. Ich bin tot. Okay, nice. Seid ihr noch benommen? Nein, ich bin gleich tot. Kann ich dir irgendwie helfen? Oh, Saphir ist bei mir. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich komme. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Wie kann ich helfen? Also, ich soll Leckermalchen pfiffeln? Ja, das... Nee, da würde ich jetzt gerne aufsteigen. Ja, mach. Ich hab deinen Saphir. Nice. Ah, ich treff den nicht. Was? Wir haben ein Floß? Ne, hast du so Holz gebaut und das hab ich nicht. Bin drauf, bin drauf, bin drauf. Okay. Alter, was ist das für ein Lachs hier? Was denn? Fertig. Hm. Wo geht's hin? Äh, hier. Hier müssen wir lang. Guck mal, wie viele Peders hier fliegen. Hm. Jetzt stellt euch das hier mal vor mit den Pelagornissen. Du brauchst vielleicht eure Zuchthilfe, dass wir alle einen haben. Da ist ja jetzt gerade einer gestorben. Das war eigentlich Kevin. Oh, der Frosch hat nur noch Hälfte Leben. Ja, sollen wir dann kurz pausieren oder brauchst du Fleisch oder so? Ich hab noch, ich hab noch ganz viel im Inventar. Nicht mehr viel. Ja, dann machen wir hier mal kurz eine Pause. Ich hab nämlich mega viel Fleisch. Dann nimmst du einfach von mir was. Saphir hat auch Fleisch. Ja, ich hab genug. Hier. Ich heil den mal eben mit. Ja. Hier, mein Fröschchen. Warum ist der... Ich glaub... Alter, ich klau mir da mal kurz zwei, drei Stacks für deinen. So, ist im Inventar. Ist ja nicht mal meiner. Ich hab zwei Stacks reingetan gerade. Warum ist der so blutig, der Igonodon? Der ist runtergefallen. Ich hab den gerade betrachtet, wie der von oben runter gesegelt ist. Aber der bekommt doch eigentlich keinen Fallschahn. Scheint schon. Also... Oder da oben ist irgendwas abgegangen. Ihr kennt doch auch die Redensart. Es geht etwas ab, oder? Ja. So. Bist du immer noch am Füttern? Das ist fertig. Dann können wir ja wieder tauschen. Bereit? Für ihn nur auch 100 Leben. Äh, hier sollte nichts mehr Gefälliges sein. Also... Sollte passen. Es wär nur cool, wenn ihr hier so ein paar Perlen aufsammeln könntet. Gleich hier rumschwimmen. Ja. Hier auf dem Weg. Ach, du bist im Wasser. Im Wasser. Ja, im Wasser, genau. Im Wasser. Also bleib auch im Wasser. Das ist weitaus sicherer. Weil wir hier halt Perlen sehen, einfach einsammeln. Wie sicher das ist. Also... Ich erinnere mich, dass es hier immer safe war. Ich hab hier nichts Gefährliches gesehen gehabt. Den Baryonyx eben. Die zwei Spinos. Ja, aber das war auch da drüben. Da drüben sind wir jetzt noch nicht hingesprungen. Sondern wir sind durch das Loch gefallen. Aber das war weitaus gefährlicher. Da konnte man nämlich gegen so einen Stein knallen. Deswegen... Seht ihr hier gerade Perlen? Oder bin ich blind? Ne. Ah, hier. Hier sind welche. Nein, es sind keine Perlen. Doch. Hier sind Perlen. Doch. Da, wo ich bin, sind Perlen. Hä? Hab ich eingesammelt. 17 Stück. Hab keiner gesehen. Hier links sind auch nochmal welche. Vorne ist welche. Nehm ich die hier drüben? Ja, hier sind noch ganz viele auf dem Weg. Äh... Mein Frosch, der folgt für euch. Oh ja, ich seh's. Kannst du ihn? Trüffeln? Ich komm. Okay. Level 100. Weiblicher Texaurier. Holy moly. Texaurier? Äh... Ja, so ein Tech, äh... Para. Level 100. Äh, seid ihr da? Oh Gott, meiner, meiner folgt dir noch. So, jetzt passt wieder alles. Äh, Larissas Leckermäulchen. Oh, Entschuldigung. Den wollte ich nicht pfiffeln. Sorry, sorry. Ich hab also den Frosch gepfiffelt. So. Und hier noch ein paar Perlen aufsammeln. Ich hab 15 Stück. Äh... Ich hab 31. Äh... Ich habe... 51. Hier sind noch welche. Oh, das ist ein Tech-Para Level 12. Ähm... Und ihr seid wohin? Hier. Ich muss einmal kurz vor 10 Sekunden Afka halten. Ich lüchte da. Äh... Wo gehst du Afka? Wo? Bei mir. Okay. Hier komm ich auch mal. Guten Tag. Ich find das so lustig mit dem Frosch, die, äh... Mücken aufzusammeln hier. Die, äh... Libellen. Ja, da vorne ist auch ein Kätzchen. Ja, ich seh's. Ich hab ein bisschen Angst, dass der uns angreift. Aber der scheint noch friedlich zu sein, ne? Ist nur 12. Ja. Ja. Okay, kommt auf mich zu. Draufgeschossen. So. Alright. Ich guck mal, ob ich noch ein paar Perlen finde. Perlen haben wir eigentlich in der Regel immer zu wenig. Hier ist ja ne schöne Quelle. Weil ich seh hier auch keine mehr. Ich fühl mich lieber zurück. Auf alle Fälle. Ich seh's auch friedlich, ne? Aber ich frag mich, wie das mit dem Greif jetzt passiert ist. Ist der selten? Oder ist er da immer in dem Gebiet? Crazy. Der war richtig krass, ne? Ein Greif. Ach, ich freu mich schon auf die Greifzucht. Wir können weiter. Sehr gut. Okay. Ähm. Diese Seite. Hier. Wieder ins Wasser. Huiiii. Oh, nice. Den Fluss lang. Genau, den ganzen Fluss lang. Ich sammle noch die Perlen. Hier sind halt so viele Perlen, Leute. Huch. Irgendwie kann ich gar nicht aufsteigen. Ah, jetzt. Das ist so cool mit den Fröschen hier durchzupaddeln, finde ich. Weil jemand sieht die Frösche einfach nicht. Okay, wir müssen uns jetzt ein bisschen rechts halten hier. Weil hier sind Krokos und was weiß ich drinne wegen dem Sumpf hier. Ich seh da hinten irgendwas Rotes blinken. Seht ihr das? Ist das ein Allosaurus? Oh ja. Ist das ein Alpha? Da wollen wir nicht hin. Da wollen wir nicht hin. Ist das ein Alpha? Nee, das ist glaube ich ein Allo. Ja. Ihr seid noch bei mir, oder? Eins, zwei, drei. Ja. Hier sind zwölf AGs. Ja, ich hau gerade AP, dass keiner angreift. Huiiii. Da haben wir uns rechts gehalten. Ich warte hier auf euch am Strand. Doinks. 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 Ja. Kurz gucken, wo wir hoch sind. Da vorne. Äh, hat gerade jemand genossen? Gesundheit. Ja. Okay, Gesundheit. So, warte, hier sind wir noch ein Stück weiter. Da vorne sind wir hoch. Also ohne Raptoren ist das so viel entspannter, weil du einfach viel schneller bist. Ja, aber die Raptoren sind schon wirklich Gold wert. Vor allen Dingen, wenn du erkunden willst, weil du mit den Fröschen halt auch schneller durchbretterst. Weißt du? Eine hört sich natürlich auch lange auf. Zur Basis zurück? Bitte? Zur Basis zurück? Ja. So halb. Also wir gehen hier jetzt nach oben erstmal. Na, ich seh eure Namen schon wieder nicht. Äh, ja. Du musst einfach erstmal am Wasser weiterschwimmen und ich warte hier am Strand. Ja. Also wieder runter. Ich bin berghoch. Achso. Ja, ähm. Ja. Wenn du so einen roten Bronto siehst, da muss man erst hoch. Also ich warte hier am Strand, ne? Ich checke nochmal meine E-Mails. Guck grad, jetzt so spät kommt doch da nichts mehr. Ich hab ne Kühltasche. Für ne Hyäne, oder? Weiß ich nicht. Ne Kühltasche aus dem Drop hab ich. Heißt die nur Kühltasche oder steht da noch irgendwas davor? Äh, warte kurz. Müsst du, glaub ich, für Enodon oder so vorstellen? Ah, hier bist du. Ja, 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 ja. Musst du mich im Wasser vorm Troodon verstecken. Ganz ehrlich, Troodons sind kleine Mistviecher, oder? Äh, das sind nicht Jonas auch. Ja, das stimmt. Troodons klauen wenigstens nicht. Ja, aber die sorgen mir dafür, dass du qualvoll stirbst. Nein. Ist so. Wusstet ihr, dass der beste Reiterfeuer-Inventar unsortiert ist? Und dann könnt ihr euer Inventar selbst ordnen. Hm. Also ihr zieht dann die Items einfach dahin, wo ihr haben wollt. So mach ich das immer. Seid ihr bei mir? Ja. Oh, irgendwas hat mich angegriffen. Ich weiß aber nicht was. Der Robert. Ah, okay. Boah, ich bin erschrocken, ey. Wir müssen nicht hier rechts hoch. Oh, hier riecht ein Ei. Dann schnappst ihr und dann brettern wir, würde ich sagen. Arasaurus. Ist jetzt nicht so wertvoll. Ich glaube, der Vater ist kurz Zigaretten holen oder so. Ne, der wird gerade vom Terrorblatt gegessen. Ja, gut. Also. Andere Sorgen. Andere Sorgen, ja. Ihr seid bei mir, ne? Okay. Jetzt wir einmal hier zum Wald. Stell euch mal vor, wie cool ein Keck-Ketzer-Ei aussehen würde. Ich kann nicht mal, wir sind gar nicht hier durchgelaufen. Wir sind wieder umgekehrt. Weil die Leute schon weitergegangen sind. Hier über Land müssen wir laufen. Wiiiiiii. Nässig. 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 .. Ah. Ich frage mich, ob das Bug-Use-ing ist, was wir machen mit dem Runter-fallen. Hi, hi, wie geht's dir? How are you? Wie geht's dir? Und ne? Nicht so gut. Bitte, was hast du gesagt? das so bestimmt back using ja aber ich meine das spiel ist jetzt schon so lange draußen das muss ich weiß nicht ob es das entschuldigt ich weiß nicht ob du das überhaupt fixen kannst weiß ich auch nicht die schweben halt kurz ne in der luft deswegen kriegen die ja keinen schaden weil das für dich so ist als würdest du von niedriger position aus ups nicht angreifen nicht angreifen ja ich wollte checken was der für ein level hat ach so hier ist ein 87er gommel wo was kitty kitty oder checken was die für level haben für dich hier kommen die doch nicht hoch doch die kommen 54 ist einer einer ist elf einer ist 87 eine 30 willst du den 87er haben lassen die sich separieren wahrscheinlich das ist ja schon der 87er ist der streifte die sind alle drei gestreifte nein es sind zu viele kätzchen ok 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 ich finde schon noch andere kätzchen ok ich habe mich jetzt hier auf den stein gehopst ich habe jetzt ja meine nein der eine ist gebohlert das heißt ich lock die anderen jetzt kurz weg und töte gut dann komme ich wieder zurück gebohlert ja ich würde sagen dass er den falschen gebohlert nee ich hatte den richtigen gebohlert aber der hat sich wieder befreit nee der ist hier guck mal vor mir der will 87 der hier vor mir es waren doch zwei ja zwei leute hier nachsieger ich muss leider ein bisschen abschöpfen tja warte ich muss mich halt mal drehen abdrehen abdrehen nee ich angreifen ich greifte nicht an ja dein blödes froschvieh entschuldigung ich bin hier am bohlen ich habe immer noch eine bohler übrig alle dinos sind bei 65 mhm ok bohler nochmal nur für alle fälle ich helfe mal eben und haben noch zwei stacks der muss da jetzt oh gott ich bohler nochmal der haut schon ab er fällt gleich oben ja hab ihn nochmal ich habe ihn gebullert der mini cricket ist tot warum auch immer ja ich weiß der ist verhungert der brauchte fisch leider bestimmt das blaue du hast kippel dabei wunderbar so mag ich das ich habe nur kein narkosemittel dabei ich habe ja wer ist denn da wie viel braucht der sollte nicht viel sein ok dann geh ich schon mal zurück und kümmer mich um die ganzen dinos ne damit die nicht alle drauf gehen hallo malik blaues braucht ihr also ihr braucht mich ja nicht mehr ne ab jetzt sind wir halt noch normal nach hause gehopst ja ok der scheiß sattel wird in der werkbank hergestellt ich habe einen lila sind lilanen trinker zu haben auch dabei ich kann ihn holen kommen wir gleich wieder ok besten dank aber nicht drauf gehen hier drauf geh verbot für alle huch so noch mal hallo malik wie geht es dir alles fein wie viele troderns hier sind ne oh einen greif haben wir gesehen crazy jetzt will ich aber irgendwie auch einen haben ja ich auch man der war ja richtig hübsch ne sieht auch gefährlich aus meint ihr der lebt noch ne der hat wahrscheinlich das battle verloren gegen den t-rex oder weiß ich nicht wie stark ist so ein greif ein greif stell mir schon vor dass er stark ist so wie ein agentar ist wahrscheinlich oder ja kevin hat das haus auf jeden fall ausgeleuchtet möchte ich mal kurz sagen ja ich komm hier an und es leuchtet weit entfernt weiß ich sehe nix mehr scheint bright like a diamond aber so richtig bright like so ein richtig krasser diamond so beautiful like diamonds in the sky oh scheiße zerbeiße megaloth sauros fuck kommst du weg nein scheiße der greppt ein oh nein der frosch steht da noch auf neutral rum ja das heißt er greift jetzt auch an und sich das zu dir zu hopsen oder ich gucke nach der gehen nach dem frosch gucken ähm ja könnte ich machen soll ich dich retten gehen ich bin respawned gomme ist tot du kannst äh den mitnehmen mit dem tapir mach ich oh der ewanodon ist fertig nice aber ich kann dich mit dem tapir retten gehen also für super notfälle habe ich den da soll ich dich eben bringen kannst du dich gerne mitnehmen ok versuche nur das pelagones ei einzusammeln so ok kümmere ich mich mal eben ich steh bei den Schmelzöfen ja ähm äh älter haben bronto vor der haustür hm beim mitt man das dem dem Vielen Dank.